Remscheider Bräu. Als Pilz, Duster, Helles, Schäpps oder Festbier einfach genießen. Remscheider Bräu. Bergisch, würzig, lecker. Ich habe bei mir den Cheftrainer des FC Remscheids, Denko Kosanovic. Kosa, eine Woche nach der ersten Saison-Niederlage, wenn du das Revue passieren lässt, Union-Velbert, was sagst du danach? Ja gut, ich sage mal, wir haben uns natürlich nicht so vorgestellt, dass das letzte Spiel, was wir jetzt gemacht haben, dass das so in die Hose geht. Weil aus vielen Gründen das nicht so gepasst hat, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Deswegen hätte ich gehofft, dass wir das Spiel irgendwie stattfinden lassen, weil ich wollte eigentlich sehen, wie die Mannschaft darauf reagiert und ob man das wieder umstellen kann, sage ich mir, dass das System wieder so funktioniert, wie das vorher funktioniert hatte. Das war im Prinzip mein, ich sage mal, mein Verlangen ist ja das schlechte Wort, aber ich hätte mir das eigentlich so gewünscht. Also eine Reaktion der Mannschaft hier gegen Ronsdorf. Aber wenn du jetzt im Nachhinein den Platz gesehen hast, richtige Entscheidung vom Schiedsrichter zu sagen, nein, wir spielen heute nicht? Es ist immer eine richtige Entscheidung, aber gibt es die denn? Man muss ja immer fragen, es gibt immer zwei Sachen. Ich sage mal, wenn du gewinnst, ist alles andere eigentlich egal. Wenn du verlierst, hast du immer einen Grund. Also man kann es so oder so sehen. Wenn es ganz schlecht läuft, war letzte Woche Union-Felbert das letzte Spiel im Jahre 2016. Dabringhausen sieht ja relativ schlecht aus, würde ich jetzt mal annehmen, dass da gespielt wird. TVD in zwei Wochen wird auch ein bisschen schwierig, wenn sich das Wetter nicht zu sehr in Remscheid ändert. Mit was für einem Gefühl würdest du dann in die Winterpause gehen? Mit der Niederlage, nachdem man ja eigentlich teilweise überragend gespielt hat, 15 Siege geholt hat, neue Rekorde aufgestellt hat. Und dann leider, leider entfälbert diese Niederlage. Ja, ich hoffe, dass zumindest das letzte Spiel noch stattfindet. Ich muss eine Reaktion der Mannschaft sehen. So, das ist im Prinzip das, was für mich das Wichtigste ist. Eine Reaktion auch dieses Jahr und auf das Spiel, ob wir das wirklich auch dementsprechend wieder ändern können. Und der Rest, wie gesagt, ist für mich zweitrangig. Und wie siehst du den Kader allgemein? Ihr hattet in den letzten Wochen ja einige Verletzungen, einige Schwierigkeiten, besonders auch in der Abwehr. Muss da im Winter vielleicht nochmal was passieren, dass ihr den anderen vielleicht noch dazu holt, dass ihr nochmal gestärkt in die Rückrunde geht und dass der FC Klara dann die Liga auch dominiert und wieder gewinnt, wie zum Anfang der Saison? Nein, das sehe ich nicht so. Also ich sage mal, vom Kader her sehe ich das auf keinen Fall. Ich sage mal, die Schwierigkeiten, die wir hatten, ist einfach Disziplin. Wir haben mal sträubende Fehler in der Abwehr gemacht und da ist es im Prinzip egal, mit wem du spielst. Das Ganze jetzt auf zwei, drei Spieler zurückführen, das ist mir zu einfach. Dafür habe ich ja einen großen Kader und da erwarte ich dementsprechend, dass diejenigen, die spielen, auch eine Ansage machen, dass sie spielen wollen. Und das ist das so, was ich ein bisschen vermisse. Und zum Abschluss, wie willst du die Mannschaft jetzt in den nächsten zwei Wochen, sage ich mal, bei der Stange halten, wo man nicht so ganz weiß, wird gespielt, wird nicht gespielt, kurz vor der Weihnachtszeit, ist das schwierig? Nein, wir haben einen ganz festen Ablauf und da wird daran festgehalten. Also ich sage, du kannst über alles diskutieren, aber Arbeiten musst du an der Basis. Ohne die Arbeit geht das halt nicht. Also da sehe ich keine Schwierigkeiten. Wie gesagt, ich rechne ja trotzdem noch damit, dass das letzte Spiel hier auf jeden Fall stattfindet. Ich hoffe nicht, dass die Verhältnisse noch schlechter werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die nächste Woche ist angesagt, dass die Temperaturen etwas besser werden. Wie gesagt, für mich ist es wichtig, dass ich noch ein Spiel in diesem Jahr habe. Und das ist die Reaktion der Mannschaft auf das letzte Spiel. Die muss ich sehen. Wenn ich das nicht sehe, habe ich natürlich immer die Problematik, du kommst aus einer Winterpause heraus und weißt nicht, wo du stehst. Dankeschön, Stenko Kusanovic, für dieses Gespräch. Ja, Union Felbert war letzte Woche und jetzt wird man mal schauen, wie es weitergeht. Das Wetter wird entscheiden, ob der FC Remscheid in diesem Jahr noch ein Spiel haben wird. Vielen Dank.